Mein Name ist Nina Herbener, Inhaberin der Firma Wohnzauber. Mein Business ist das Finden von Plätzen für Dinge. Ich bin Raumausstatterin und Feng Shui-Beraterin und ich gestalte Räume. Jedes Möbel hat seinen Platz und den zu finden, das ist eben eine Kunst, das kann nicht jeder. Also die Magie liegt eigentlich in der Gesamtperformance, in der Ordnung der Dinge, der Anordnung der Dinge. Und meine Kunden sagen immer, bei ihnen ist das ganz anders. Die Beratung, das Aussuchen der Stoffe, die Gestaltung, das hast du dann einfach.